Und der Pass! Super Kopfball! Und hier nochmal die Wiederholung des Tores. Eine perfekte Hereingabe von der rechten Seite. Hier nochmal schön zu sehen. Und da dürfen Sie den Vorbereiter zurechtfeiern. Hier also doch mal. Schöne Flanke. Macht er ihn! Ja, er macht ihn! Super Tor! Elem Forsten und dann Rhein! Und da haben wir jetzt das Tor! Da hat er den Doppelpack. Sehr gute Leistung. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Guter Pass, der kommt an! Bad Binne! Und Tor! 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 Der erste Treffer hat ihn wohl beflügelt, das ist hier schon der zweite. Stanzo, so wird das nicht. Schuss, trifft er, ja, drin, Tor. Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Da ärgert sich der Torhüter und das ganz zu Recht, er hält erst gut.